So, dann würde ich mal sagen, wir gehen jetzt ans Münzen. Okay, 30, 31, 23. So, und jetzt brauchen wir Konzentration. Jetzt wird's übel. Ich würde sagen, wir sagen alleine, was auf dem Weg ist und machen Vorsprung auf. Ja, 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 ja. Okay, ich kann sie uns wirklich weg sammeln. Ich nutze sie jetzt gleich mal. Ups. Ah, das war so kontraproduktiv als fuck. Weisst du was, Pipsy, du bist echt nicht tot. Mach mal. Was hast du denn für eine Scheiss-Hitbox hier? Ist ja schlimmer als Quanjay. Ah, greif du, na egal. Ist nicht schlimm. Ja, 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 ja. Ah, ich geh nicht mehr zum Tupor. So, das hat's gemacht. So. Quarant ist erstens ein großes Ziel. Nein, da geh ich nicht rein. Nein. Den Fehler mache ich jetzt nicht noch mal. So. 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 Wo geht's? Ja, 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 ja. Das war ja mein Fehler. Ich geb's dazu. Hab zu viel gewonnen. so. So. Weisst du was? Ja. Das war wild. So. Weisst du, wat? Aaaaaaah! Führung, nicht Führung, Führung anstarten. Nein, da geht nicht rein. Macht nix, macht nix. Sieht gut aus. So, ich glaube ich kann es uns leisten, hier durchzugehen. Hier. Hier. Hier haben wir nix. Wir haben einen ganzen Fiesen. Einige war dich gegangen. So, wo war noch einer? Ah ja genau. Hier kommen wir auch noch. Das ist auch so brandig. Aber schön geholt. Nicht leicht, aber auch nicht schlecht. Ich will den TrueTour benutzen. Wir haben einen Vorsprung, wir haben einen Vorsprung. Es lohnt sich eben schon die Führung auszubauen. Es lohnt sich eben schon. 10 Bananen. Man kann aber weit mehr sammeln. Weiß aber nicht wie viel. So, das wäre in der Tasche. Sehr gut. Aber es gibt noch schlimmere. Ja, 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 ja. Gut, dann nächstes. Grünstart. Oh, das wird schlimm. Okay, jetzt muss ich mich echt konzentrieren. Das wird heavy. Heavy, 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 heavy. Ich wollte eigentlich nicht da rum. Ach. Ich wollte zu viel. Also ich wollte den Turbo-Streifen übrigens nicht mehr. theons nicht mehr auf dem Weg. Das ist gut. Und jetzt illustrate. Jetzt fü�ел Meisme. Ich füge, meine N...? Ich schaue ihn weiter. Wie lange Character werden? Ich sage das mal. Grunge, gib mich nicht auf den Senkel, bitte. Die haben wir schon, das ist schon mal gut. Noch nicht! Banan, Banan, Banan. Auch mit. Nein, du kommst hier nicht rein. So, das ist doch gar nicht mal so übel. Naja, was war's? Hier ist noch überhaupt nichts verloren. Wo sind noch zwei? Aufpassen, jetzt wird's kritisch. Wie verpasst das Blöde jetzt? Nein. 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 Und... Gut. Ja! Schnell C, Quatsch. Nein! Ja! Alter! First Try! Also fast. Wow! Ich riss ein bisschen stolz auf mich. Huh! Okay. Dann... Flessenschlucht. Auch nicht so schlimm. Nicht so schlimm! Schlimm, aber nicht so schlimm. Ich bin jetzt nicht so schlimm. Erstmal viel ausbauen. Ouuuch! Jetzt haben wir was auf dem Weg liegt. Jetzt haben wir was auf dem Weg liegt. Die anderen behindern, Edge. Das sieht auch gut aus. Und hier ist ganz fies eine versteckt. Nein, die ist keine versteckt. Hä, dachte ich sei auch ein. Egal! Bumper ist der 2. Nein, okay. Gut zu wissen! Hören wir mit? Gut. Hör auf zu Maulen piep sie! Schon banal mit. Sehr gut. Alles klar soweit. Die? Hier war noch eine, oder? Wenn ich auch mal sehe, was hier los ist. Zwei. Aber auch nicht mehr so viel Zeit verloren. Ich habe noch viel Schlimmer dran. Hä, einer fehlt? Wissen die. Aha. Gut, nur noch Gewinn. Sieht gut aus. Sieht immer besser aus. Wenn wir das Kurven schneiden, dann geht das schön zum Ziel. Wie komme ich? Ich bin grün. Egal. Ja, so gut. Das war ganz übel. Und mit Abstand zum Ziel. Boah. Schön. Schön. Freut. Ich bin sehr glücklich. So. Das ist es. Und dann haben wir... In diesem Level alle. Gut. Ich sehe alle. Bis jetzt. Schön. Ich bin auf dem Weg. Das gefällt mir sehr gut. Ah, das habe ich nicht gesehen. Ohohoho. Die sind aber fies hier. Bidi, geh mal weg. Kein Schwein braucht. Okay. Konsensation. Ja? Ah. Ah, sie ist die letzte sogar. Okay, dann weiss ich ja wo. Gut. Alles klar. Alles gut. Übrigens, äh, die Spielerleitung steht. Banjo? Ist auch dies. Gumpel. Also, ist eigentlich selbstverständlich. Und, 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 und. Conker. Auch. Conker freut sich. Über das auch mittlerweile so mal ein bisschen. Abwärtsung hat. Und. Also, ja. Das Langeweile sollte wahrscheinlich sehr so klar nach. Und. Äh, Banjo. Ich dachte immer, Banjo sei irgendwie ein bisschen ein Gegner von der Con-Familie. Weil. In Banjo-Familie hilft man ja meistens Dinge, die sonst die Gegner sind von dem Con-Familie. Ne? Man hilft dem Gnardi und so. Aber nein. Gut. Oh Gott. Puh. Puh. Das kann ziemlich schwierig werden. Deshalb. Mach ich kurz ne pinker Pause. So. Weiter geht's. Und ich denk, mit Piepsi sollten wir's schaffen. Ah, nicht viel mehr ist ein Anlauf, aber ich geb mir Mühe. Oh Gott. Ja, dann geht mal. Was gibt's denn spezielles? Ein Hamburger. Ein bisschen Gold. Und ja, neben dem man den hier steuern kann, alles andere ist unnötig. Wenn man hier gleich nach links unten geht, sonst legt man hier nur da rein. So, das nehmen, ausweichen und Schuss! Ich habe vergessen. Wir haben ihn schon mal überholt, Alter ich bin echt gut jetzt. So weiter geht. Und ja, beim ersten Mal habe ich da schon mal 30, 50 Anläufe gebraucht, ganz ehrlich. Jetzt hatte ich schon Glück. Durchschneiden. Alter! Bis jetzt? Gut. Wie gesagt, hier unten rechts drücken. Das heißt, hier auf der sicheren Seite. So, aber ist uns dicht auf den Fersen, das darf man nicht vergessen. Alle ausweichen und Schuss! Turbo! Das braucht es. Und keine Spielchen hier, fahre ich gerade aus. Versuche keine Kunststücke. Immer schön, an allem vorbei. Gott! Echt? First try? Ohne Witz! Was? Ich bin ja schon fast stolz auf mich. Fast. Ich bin noch nicht im Ziel. Ich bin noch nicht im Ziel, Leute. Der ist froh, wenn ihr im Ziel seid. Vorher nicht. Also ihr seht, Crunch könnt ihr nutzen, wenn ihr ihn im Griff habt. Aber nicht, dass ihr denkt, ihr müsst einen haben mit Endgeschwindigkeit. Und ihr müsst trainieren, bis ihr ihn könnt. Wenn ihr jemanden spielen könnt. Fast perfekt. Dann nutzt den. So. First try. Hättest du nicht geglaubt. Ich dachte, ich habe ich denke, ich habe Stunden für den Mist. Habe ich schon mal gebraucht. Wenn nicht noch länger. So. So. Der letzte Boss von Wissbeak. Bin stoppt. Nach 20 Jahren das zweite Mal geschafft. Juhu. Ja, Trophy. Das sollte jetzt noch ein Klack sein. Sollte. Ich weiß nicht, dass er so ist. Aber das letzte Wissbeak-Zeiren haben wir somit auch. Somit ist was aktiviert worden, oder? Oder aktiviert sich jetzt? Oder. 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 Aber wir sind würdig. Ja, würdig. Gib dir gleich was würdig ist. Ja. Gut. Nach das Trophy reißt, dann können wir den Rauch-Drumstick-Fall spielen. Den braucht es nicht. Aber es ist nicht schlecht, wenn wir den auch haben. Ja, 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 ja. Okay. Das ist die erste Strecke. Komisch, oder? Gut. Das ist jetzt schwieriger. Aber wir müssen keinen Mist mehr einsammeln. Dürfen! Müssen aber nicht. Das heißt, ich kann mich mit Lust und Laune auszupen. Ja, schön das, ne? Also, wie gesagt. Markus hat schon gesagt. Oh, er hat sich schon was gedacht am Schluss noch Trophy-Race, ne? Erstens mal. Kennenlernen. Langsam. Dann. Die Münzen sammeln. Und jetzt auch noch etwas, wo wir es im Griff haben. Einfach durchdöhnen. Das ist doch schön. So. Wie gesagt. Prallt am Schluss noch ab. Dann habt ihr hier schön... Werdet ihr quasi hingeschubst. Sehr praktisch. Und Pipsi hat zum Glück eine ziemlich kleine Hitbox. Und das passt. Die halten ein bisschen auf, so. Das ist auch gut. Ich glaube, die Turbostarmen sind hier kontraproduktiv. Die las ich jetzt. Sein. Bäm und Bäm. Ah, macht nix. Wir haben noch Vorsprung. Das las ich jetzt sein. Und geh hier runter. Das las ich auch sein. Und geh hier weiter. Wenn man Schuss hat, soll man den Schuss nutzen. Das sage ich euch. Wenn man den Schuss nutzen. Mit Schuss sein. Was war denn das da? Ne, 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 ne. Passt, egal. Wir gewinnen eh, oder? Vielleicht den ich da rüber gewinnen. Ich denke schon. Session! Live! Gabi, wir gewinnen. Gabi sehr fest daran. Puh. Gut. Nächstes Rennen. Wollt ihr sehen? Überspringen. So. Hier durch. Ah, das war zu viel. Hier durch. Die Tür benutzen. Didi, du gehst mir auf den Keks. Ich kann mir Bananen sammeln. Nervt. Nervt doch nicht. Kann auch nerven. Wartest nur ab. Du kannst, kann ich auch, Quatsch. Kannst sogar besser. Schön. Wartest nur ab. Wir müssen gegen ihn laufen. Zusammen. Quatsch, du nervst. Ideal. Benchua. Alle! Alle! Zusammen kann ich irgendwie bei Lange sein, Mensch. Ah, wie kann ich denn alles haben? Alter, hat er mir eigentlich mitgenutzt? Ganz fies. Stimmt. Haha. Wieso fress ich mich rein? Konker, nicht nerven bitte. Alter, das war jetzt blöd. Blöd ist, dass du so vor mir bist. Nein, Alter. Wollte ich mich verarschen? Jetzt halt so. Bäm. Zweiter ist immer noch gut. Zweiter ist immer noch sehr gut. Und ich hab Abstand. Diese muss immer noch ziemlich gewinnen, sonst holte ich mich gar nicht ein. Huh. Gut. Sehr gut. Ihr nervt. Ich kann auch nerven. Nein, wollte ich nicht. Nein! Nein! Nie wieder. Nie wieder. Nie wieder. Nie wieder. Nie wieder. Machen wir das hier. Also, wir sollen mit nix sein. Piepsi, mach doch was. Mach so'n Schrock. Bitte. Hä? Das hat jetzt gar nix gebracht, oder? Ah, wie sie vorne sind denn? Naja, noch ist nix verloren. Es wird nicht leichter. Es wird nicht leichter. Danke, Quatsch. Danke. Vielen Dank. Es wird nicht leichter. Danke. Na gut. Wir spielen mit. Ja, das werde ich nicht mehr. Aber dann wird ich das Letzte werde. Na gut. Nicht mehr einholen lassen. Na schon mal schön. Quatsch, geh weg. Lass mich stur. Danke. So. Immerhin. Wie sieht's aus? Oh, oh, oh. Benji ist aufm Kurs. Oh, 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 oh. Nicht gewinnen lassen. Nicht gewinnen lassen. Nicht gewinnen lassen. Oh, 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 oh. So. So. Halt eine Stange. Bleiben. Na sammeln. Das ist ein Dreischen. Zum Dreischen. Ja, was das auch gezählt hat, aber jetzt muss ich sagen, ja. Ich bleib am Ziel suchen. Wollt auch nicht. Gibt ab, nervt nicht. Nein, wollte ich nicht. Sieg gut aus. Sieg gut aus. Keine Panik. Das gehört. So, gewonnen. Nichts kann uns mehr aufhalten. Okay. Gut. Gehen wir jetzt mal raus. Wir sollen jetzt was freigespielt haben. Nämlich. Die haben wir alles. Dann gehts jetzt raus. Was passiert denn draussen so, wenn man fragen darf. Ja, er ist erwacht. Na, nicht blöd. So, ich will aber jetzt mal zeigen, wie man das mit allen Charakteren machen kann. Deshalb. Ach ja, jetzt weiß ich noch. Ja. Ein Frosch, der Qua, der Win-Hun macht. Wieso? Das seht ihr gleich. Wir fahren und wir haben ein Drumstick. Der soll präsentiert sein für den Whiz-Pick Fight. Mit Rasen. Aber ich find's nicht.